Jo, Hallöchen und herzlich Willkommen zu einem neuen Let's Play namens Bus Simulator 2016. Das wird ein Bus Simulator 2016, da fährst du natürlich Busse. Ja. Oh, es ist schlechtes Wetter. Oh, ich hab das vergessen. Ich hab das alles gut. So, wenn ihr was ein Simulator ist, ihr wisst, was ein Bus Simulator ist. Und da? Dör mín, die Bart! Dör! Dör mín, die j misschien, die Sie sagen, das sind die Btw. Da, das muss weg. So, weiter geht's. Wir fahren hier jetzt eine Runde. Die Strecke, warum rucket das? Das kann doch nicht sein. Vielleicht muss ich die Grafik einfach nur Sonntagsensen. Spass! Weiter geht's! Nein, daran lacht... Oder doch? Aaaaaaah! Hallo, es ist grüeen! Fahr doch! Mann ey, ich komm noch zu spät! Nein! Da hab ich schon wieder einen Fall begabt, und das kann nicht wahr sein. Nein! Ich weiß doch! Tyk! Nein! Ich kann nicht die Wurruhe, ich kann nicht die Wurruhe! Das ist 30 Euro! Bitte schön! Danke schön! Wie geht's? Ich glaube, es ist zu kalt! So! Es wärmer! Alles gut bei euch, Shinten! Ja, Bakara! Das erleben auch die Bäcker! Guck mal! 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 Bitte alle in den Spiegel da oben! Rechts! Ihr seht mich ja! Ich fahre! Mit den Händen sieht man auch alles! Ich fahre trotzdem und lenke! Kein Hände mehr! Dumm! Ah! 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 Geht! Darf ich den Aufruf machen?! Sie sind scheiße! Spaß! Hup, Hup! Die Rede ist nicht einfach unmöglich! Äh, das ist n' Bug. Unlogisch. Egal, ist mir egal. Egal, ist mir egal. Sei du doch vorsichtig, ey. Eine Tagesfahrtkarte für Senioren, bitte. Ja. Die haben 10 Euro, sie kriegen 4,80 Euro zurück. Sup. Bitteschön. Einen schönen Tag. Ja, dankeschön, den hatte ich schon. So. So. So weiter. Der Bus Simulator. Zweiter sind 16. Wird jeden Tag kommen. Also. Die nächste Woche. Die nächsten zwei Wochen wird das. Wird das jeden Tag laufen. Die nächsten zwei Wochen. Wird das jeden Tag laufen. Ding. Ich möchte ihnen sagen. Wollen wir uns die Hände aus? In die Weg. Hüpp. 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 Was machen die da? Hüpp. Ist es grün? Hüpp. 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 alle noch. Ich weiß. Obwohl ich in den Spiegel gucke, ist es dumm. Da ist die Polizei. So. So. Dann haben wir schon mal die Strecke geschafft. Wir haben ein neues Bus-Mutter. Es ist von Feuer. Aber egal. Nein, möchte ich nicht. Es ist doch jeder Bezirk. Bis jetzt eine Strecke mit mindestens zwei Halteständen. In jedem freigeschleinenden Bezirk und fahrt sie mindestens einmal. Eins, zwei. Ich hatte doch hier nichts. Habe ich jetzt verstanden. Jetzt machen wir nochmal die zwei Strecken und dann haben wir die zwei Strecken gemacht. Oh, kleiner Rockler. Was ist der Scheiß? Was ist der Scheiß? Was ist der Scheiß? Ich habe sie eigentlich. Ich habe schon mal eine perfekte Musik. weiter geht's. Nein, das ist noch nicht unsere. Nein. Weiter geht's. Ah! Hallo, ich habe Vorfahrt. Ja, ich habe Vorfahrt. Tablet benutzen. Ich habe hier einen Zeitgeount. Oder? Wann da geht's? Ja. Warum fährt der nicht schneller? Fährt denn gleich Bremster dann? Ja. Kann der jetzt mal fahren? Blau noch. Ich hab die erste vergessen. Nein. Ich hab die Runfahrt gebaut. Egal. Häh. Häh. Spaß. Ja. Ich hab mich verfahren. Scheiße. Keine Ahnung warum. Egal. Weiter geht's. Nein. 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 Egal, wir fahren jetzt die Erste. Wir sind noch nicht mal bei der Ersten. Wir haben schon verkackt. Guck dir mal das an. Oh, scheiße, sorry. Der Bus hat nicht mehr gefahren. Juhu. Wir sind gleich bei der Ersten. Warum fahre ich eigentlich immer so weit nah dran? Trotzdem so nah muss ich gar nicht. Das reicht sogar, wenn ich so bin. Ja, das reicht auf jeden Fall. Ich brauche eine Einzelfallkarte für Senioren, bitte. Trafenioren. Dafür kriegst du 8. 60. 4, 6, 8. Bisschen. Hick. Eine normale Fahrkarte. Bitteschön. Jawohl, wir machen 10. 2, 4, 6, 7. Bitteschön. Noch irgendwas. Danke, mein Lieber. Bitteschön. 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 GOOOOO. GOOOOO. GOO-GO-GO-POWERRANGERS! GRATING-GOO-RANGERS! Martin, scha-pop-pop-pfff. Stad Paulich Kirsche. Kirsche. Etter Grün. Grüner wird's nicht. Ach, fahr doch! Du! Warum? Ah! Was für echt lausig, Mann. Ich geb dir gleich. Wer war das? Spring dich um. Nein, warte, du bist geil. Spaß. Wir sind bei unserer zweiten Haltestelle gleich. Juhu! Pass doch selber auf! Die Fahrt bringt gar nichts. Sackt Paulich Kirsche. Watt möchtet ihr?! Hallo, weht keiner irgenwie ne Karte oder was? Zwei Fahrgarten, bitte. Zwei Fahrgarten. Tütt. Fünf Euro, kriegen Sie zwei zwanzig. Bitteschön. Bitte. Dankeschön. Ihnen auch. Ihnen auch. Nächste Seite, Stelle, Endhaltestellung. Fähig, schütteln. Können Sie nochmal ran, Mann. Spaß. Schleiß der West. Oh, ich hab's schneller gesagt. Oh, oh, oh. Echt, das ist die Endhaltestelle. Oh.